Das ist eine Person, die mit öffentlichen Reden eine Menschenmenge politisch oder ideologisch aufwiegelt. Hierbei werden oft rhetorische Mittel wie Übertreibungen, Verzerrungen, Verallgemeinerungen und manchmal sogar Lügen verwendet, um die Zuhörer zu beeinflussen. Der Begriff hat seinen Ursprung im griechischen Wort demagogos, das wörtlich übersetzt Führer des Volkes bedeutet. Im antiken Griechenland hatte der Begriff eine eher positive Konnotation und bezeichnete angesehene Redner. Allerdings hat sich in der deutschen Sprache ausschließlich die negative Bedeutung des Begriffs durchgesetzt. Es ist der Demagoge. Demagoge. Demagoge.